Wir ergreifen jetzt mit diesem Gesetz erste Maßnahmen. Das heißt, unsere Behörden haben die Möglichkeit, Lagerhaltung anzuordnen für Medikamente, für die absehbar sich ein Lieferengpässe ergeben kann. Damit wir wissen, wo wir das anordnen müssen, verpflichten wir gleichzeitig Apotheken, pharmazeutische Hersteller, Großhandel dann tatsächlich auch bei solchen Medikamenten uns zu informieren, dass Lieferengpässe drohen könnten. Also wir kriegen ein besseres Bild. Das sind die ersten nationalen Maßnahmen gegen Lieferengpässe. Was wir mit diesem Gesetz leichter machen, ist, dass Apotheken, wenn das verschriebene Medikament und das bisher genutzte Medikament nicht verfügbar ist, austauschen können im Sinne des Patienten, also schneller die Alternative verfügbar machen können. Und wir wollen so umfassend wie möglich regeln, dass die Patienten dann nicht mit zusätzlichen Kosten belastet sind, denn sie können ja schließlich nichts für diesen Lieferengpass. Die Versicherten sollen eine Auswahl haben zwischen verschiedenen Krankenkassen. Eine Auswahl, die sich vor allem richtet nach der Frage auch des Preises, ja, aber auch nach dem Service, dem Wettbewerb, den Versorgungsangeboten oder auch digitalen Angeboten, die es gibt. Der Wettbewerb soll nicht stattfinden über die Frage, welche Kasse kann die besten Finanztricks. Und um das zu unterbinden, das haben wir nämlich in den letzten Jahren gesehen, machen wir eine Reform des sogenannten Risikostrukturausgleiches. Über diesen Ausgleich wird das Geld verteilt an die Kassen. Die Kassen sollen das notwendige Geld haben, um ihre Patienten und ihre Versicherten je nach auch Krankheitssituationen gut versorgen zu können. Aber genau dafür sollen sie auch das Geld haben, nicht dafür unnötig hohe Rücklagen aufzubauen. Im Kern soll das Geld vor allem auch so an die Kassen fließen, dass die Kassen für ihre Versicherten je nach Alter, aber meinetwegen auch nach Vorerkrankungen, wie viel chronisch Kranke entsprechend unter den Versicherten sind, dass danach das Geld den Krankenkassen zugewiesen wird. Und eben nicht nach anderen Parametern, auch welche, die anfällig sind für Tricksereien, wie wir das in den letzten Jahren auch gesehen haben. Übrigens durch einen regionalen Ausgleich, der jetzt auch in dem Gesetz mit angelegt ist, wird es auch fairer zwischen den Regionen, dass das Geld tatsächlich in die Regionen stärker fließt, wo tatsächlich auch Versorgungsbedarf ist. Das Gesetz soll im Frühjahr 2020 in Kraft treten. Viele der finanztechnischen Änderungen werden sich dann ab 2021 schrittweise ergeben.